Ich steh auf diese ganze Scheiße. Nach dem Fall des Schläfers und der Verbannung der Barriere, Rehra-Balliere, ist Belia größer geworden. Dörbiger geworden. Diese Welt wird wieder auf diese Welt zurückgeholt werden. Wenn der Gott der Finsternis diese Welt auf diese Welt schickt, schon wieder Regen. Diese Suche hat längst begonnen. Die ältesten Heiligtümer der Götter entfeiern Belias Schergen. Die Wächter dieser heiligen Orte sind größer geworden und ihr Zorn lässt die Erde größer geworden. Alle mächtigen Magier auf dieser Insel erweben. Und einige von ihnen sind mit Sicherheit schon größer geworden. Von allen Seiten schön knusprig braten. Bist du immer noch hier oder schon wieder? Ich hab mit Torus geredet. Er hat gesagt, wenn du kein Gefällt mir rausrückst, soll ich dir einen kräftigen Tritt in den Hintern geben. So, das war's jetzt.